Okay, Zeit für eine Runde Rust. Erstmal die tollen Anfangsbefehle hier eingeben. Sensionality Force, das wollen wir auf jeden Fall. Und grass on our force. So, dann noch das ausgemacht und dann kann schon auf den Server gehen. Oh, scheiße, ist voll. Okay, wir probieren es trotzdem mal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hey, cool, jetzt ist der Server down. Ja, der Server ist wieder da. Okay, schnell hoch und dann können wir endlich mal wieder eine Runde Rust spielen. Mal schauen, was uns heute alles so erwartet. Hä? Okay. Warum spawne ich hier? Blobman. What the fuck? Okay, erstmal Suicide. Hallo. Warum fehlt hier eine Tür? Ernsthaft? Das geht jetzt nun viel zu lang. Ich muss jetzt einen Schlussstrich setzen. Noch einen letzten Blick auf unsere schöne Stadt, die wir uns selbst aufgebaut haben. Auf Wiedersehen.